In den USA sind fast 4.000 Menschen binnen eines Tages im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Mit 3.955 Toten ist die Zahl am Donnerstag aber unter dem Höchstwert von 4.462, der am 12. Januar verzeichnet worden ist, gelegen, wie aus Daten der Johns Hopkins University in Baltimore vom Freitagmorgen hervorgeht. Die Anzahl der registrierten Neuinfektionen erreicht am Donnerstag 188.952. Der bisherige Tagesrekord ist am 2. Januar mit 298.031 neuen Fällen registriert worden. In dem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern haben sich bisher rund 24,6 Millionen Menschen mit dem Erreger SARS-CoV-2 infiziert. Mehr als 410.000 Menschen sind gestorben. In absoluten Zahlen gemessen sind das mehr als in jedem anderen Land der Welt. Der neue US-Präsident Joe Biden hat die Amerikaner auf eine weitere Verschlimmerung der Corona-Lage im Land eingestimmt. Wahrscheinlich werde die Zahl der Corona-Toten im Februar eine halbe Million erreichen, sagt Biden am Donnerstag im Weißen Haus. Die Dinge werden sich weiter verschlechtern, bevor es besser wird, mahnt er und hat zugleich versprochen, wir werden das durchstehen. Die Eindämmung der Pandemie ist eines der Hauptanliegen Bidens. Der am Mittwoch vereidigt worden ist. Bereits in den ersten Stunden im Amt hat er eine Maskenpflicht unter anderem in Regierungsgebäuden angeordnet. Die Johns Hopkins Website wird regelmäßig aktualisiert und zeigt daher einen höheren Stand als die offiziellen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation. In manchen Fällen werden die Zahlen unter anderem die der Neuinfektionen binnen 24 Stunden, aber auch die der Toten nachträglich aktualisiert.